Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video gebe ich dir einen Überblick über den Sturm und Drang als Epoche der Literatur. Diese Epoche ging von 1765 bis 1785 und ist eine Unterepoche der Aufklärung. Der Sturm und Drang wird häufig als Geniezeit oder Genieperiode bezeichnet. In ihr wurde der Mensch als Genie angesehen. Es wurde Protest gegen die absolutistische Obrigkeit erhoben. Ebenso gegen das Bürgertum mit seinen veralteten Moralvorstellungen und auch gegen Literaturtraditionen. Stilistische Merkmale dieser Epoche sind auffällig. Eines ist die freie Poetik. Das bedeutet, dass die starren Formen der vorherigen Epochen verlassen wurden. Die bestehende Weltordnung wurde kritisiert. Das feudale System sollte überwunden werden. Ein weiteres stilistisches Merkmal ist die Verwendung des Geniebegriffs. Ebenso die Veränderung des Persönlichkeitsideals. Dargestellt wurde jetzt ein Mensch, der nach eigenen Normen und Wünschen lebt und sich mit Rücksicht auf andere frei entfaltet. Auffällig für diese Epoche ist auch die lebensnahe Sprache, häufig mit Halbsätzen und Kraftausdrücken. Bekannte Autoren dieser Zeit sind Johann Gottfried von Herder, Friedrich Schiller, Jakob Michael Reinhold Lenz und Johann Wolfgang von Goethe. Nun hast du einen Überblick über die Epoche des Sturm und Drang. Du findest noch weitere Informationen, Werke und Autoren in unserem Text. Mit unseren Aufgaben kannst du dein neu erlerntes Wissen überprüfen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen.